Die Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Küstroh Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen. Um die Firma vor der Insolvenz zu schützen, suchte Music24 Event Resource Group mit Sitz in Wismar ein neues Standbein. Konzerte und ähnliches gibt es zurzeit nicht, also kamen die Mitarbeiter auf die Wiederauferstehung des Autokinos. Ja, wir haben uns überlegt, bevor wir jetzt nur zu Hause im Büro sitzen oder Homeoffice oder Lager noch weiter umräumen und noch ein neues Regal aufbauen und alles neu bestücken, haben wir uns gedacht, machen wir ein Autokino. Gedacht und umgesetzt. Am Mittwoch, den 22. April, soll es gelingen. Gut 200 Fahrzeuge passen auf den Parkplatz vom Marktkaufcenter in Wismar-Wendorf. Welche Filme stehen an, wo gibt es Karten? Als allererstes mit einem absoluten Filmklassiker, Dirty Dancing. Und danach kommt gleich ein relativ neuer Film, Das perfekte Geheimnis. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal ganz normal über Facebook, über Autokino Wismar. Da gibt es die ganzen Tickets im Online-Shop zu kaufen oder nachher an der Abendkasse gibt es die dann auch alle zu kaufen. Der Ton soll über UKW ins Autoradio übertragen werden. Dixi-Toiletten und Desinfektionsmöglichkeiten sind vorhanden. Eine Sicherheitsfirma weist zudem Fahrzeuge ein und sorgt für den nötigen Sicherheitsabstand. Auch Imbiss und Getränke sollen verkauft werden.